Hallo, mein Name ist Rani, ich bin Yoga-Lehrerin und seit 2010 auch Lungentransplantiert. Deswegen sind meine Hauptinteressen auf den Bereichen Hals, Nacken, Schultern, Atmung und eine gerade Wirbelsäule. Ich möchte hier ein paar Übungen zeigen, die ich gerne jeden Tag in der Früh mache, einfach um den Brustkorb, die Wirbelsäule ein bisschen aufzulockern, zu mobilisieren und damit auch ein bisschen mehr Platz fürs Atmen zu haben. So, stell dich mal für den Anfang gerade auf, Füße ungefähr hüftbreit, das heißt so breit wie deine Hüften sind, stell dich hin, vielleicht ein bisschen breiter, damit du gut stehst. Aufrecht stehen, denk dir hier ein Buch oder ein Yoga-Block nach oben, streck dich über die Wirbelsäule nach oben lang und dann beginne langsam mit den Armen zu schaukeln und nimm auch die Schultern mit, ganz entspannt und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, merkst du deine Schultern beginnen sich ein bisschen aufzulockern, du spürst die Schulterblätter hinten am Rücken und die Schultern selbst nach oben und nach unten schaukeln und spürst auch, dass du den Nacken hier gar nicht mit anstrengen musst. Um den Brustkorb ein bisschen zu öffnen, beug die Ellbogen und zieh sie nach hinten, mach gleichzeitig Fäuste beim Ausatmen nach hinten ziehen du kannst die Atmung mitmachen, einatmen, ausatmen oder den Atem einfach fließen lassen und dann lass wieder die Arme sanft ausschauen für die nächste Übung nimm nur den rechten Arm bring ihn weit nach oben, nach hinten und wieder nach vorne also einen großen Kreis zeichnen mit dem rechten Arm stell dir vor, dass der Arm bis in die Fingerspitze hinein reicht also lass die Finger nicht sinken oder wie eine Ballerina nach oben hängen sondern schau, dass die Arme gerade sind Finger aktiv und nach vier bis fünf Mal wechsle die Richtung und rudere nach vorne mit der Linken an man kann sich auch vorstellen, dass man Luft oder eine Wolke von oben nach unten hinunter schiebt um so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen im Vergleich kurz die rechte und die linke Seite und dann beginnen wir mit dem linken Arm dieselbe Bewegung nach oben, nach hinten und vorne versucht den Brustkorb so weit wie möglich nach vorne zeigen zu lassen und nach vier bis fünf Mal wechsle auch die Richtung so dass beide Arme ausgeglichen sind auch hier wieder nachschwingen spür mal wie sich deine Schultern jetzt anfühlen und dann beide Arme gleichzeitig nach vorne nach oben und nach hinten einatmen nach oben fühl deine Lungen mit Atemluft und ausatmen nach hinten einatmen nach vorne und nach oben ausatmen nach hinten und du siehst meine Hände zeigen zueinander und dann drehen sie sich nach außen in der Bewegung und das selbe auch nach vorne und auch hier kannst du dir vorstellen ausatmen die Luft von hinten nach vorne und dann wieder locker nach vorne Lass aber den Kopf Lass aber den Kopf so wie ich nach vorne gerichtet und du wirst merken dass deine Halswirbelsäule sich hier auch mit dreht du kannst du kannst den Armen weiter und höher schwingen du kannst auch gegengleich die Ferse heben also wenn du dich nach rechts vergibst die linke Ferse und umgekehrt und drehe so die ganze Wirbelsäule einmal sozusagen um sich selbst herum und dann wieder langsamer werden die Arme ausschwingen lassen und wieder zur Mitte kommen spür wieder mal kurz nach auch wie dein Atem ist wenn dir die Übungen zu schnell sind was passieren kann wenn du auch etwas mit der Runge zu tun hast mach einfach Pausen dazwischen komm wieder zur Atmung spür ein bisschen nach kann sich auch hinsetzen einige der Übungen kann man auch im Sitzen machen die nächste zum Beispiel die Arme weit auseinander bringen und kreuze sie vor deinem Körper einatmen öffnen ausatmen zusammen und in diesem Rhythmus oder in deinem Rhythmus weitermachen jeweils immer einen Arm wechseln einmal rechts einmal links sehr gut und dann die Achse wieder ausschwingen lassen sehr gut leg den Kopf sanft auf die rechte Seite greif mit deiner linken Hand zu deinem Ohr und lass einfach nur die Hand hier liegen keinen Druck und dann aktiv die Hand nach unten ziehen auf der linken Seite ein paar Atemzüge den Arm lösen und dann den Kopf wieder nach oben auch wieder kurz nachspüren den Kopf zur anderen Seite die linke Hand aufs rechte Ohr nicht drücken schau dass der Kopf gerade bleibt nicht nach vorne lehnt und auch nicht nach hinten sondern gerade so dass das Kinn quasi parallel zum Boden ist und dann auch hier die rechte Hand aktiv sanft nach unten ziehen und dann stell dir vor du hast so kleine Gewichte an den Fingern noch hier atmen und dann lass langsam wieder die Hand los lass den Kopf nach oben kommen das war es auch schon mit den Übungen die sollen ja kurz sein und entweder nach einem harten Arbeitstag im Büro oder von vielen Lernern oder einfach in der Früh zum Mutter werden aber nicht so viel Zeit brauchen ich hoffe es hat dir gefallen freue mich aufs nächste Mal Ciao